Wir melden uns vom Stand der SAE in Halle 5.1 und neben mir sitzt Götz Hannemann. Götz, du bist bei der SAE verantwortlich für Marketing und schon einige Jahre dabei, Dutzende Jahre möchte ich fast sagen. Was waren denn da deine Highlights so im Verlauf deiner SAE-Karriere bei der SAE? Oh, meine ganz persönlichen Highlights, da gab es einige oder geht es jetzt um die Highlights der SAE? Okay, deine persönlichen Highlights an der SAE? Meine persönlichen, okay. Ich bin zur SAE gekommen, das war 1998. Da war mein Highlight, dass ich in Hamburg anfangen durfte, wo ich jetzt inzwischen auch wieder bin. Und ansonsten gab es natürlich auch SAE-Highlights in der Zeit, zum Beispiel im Jahr 2000, als der Digitalfilmkurs eingeführt wurde oder auch im Jahr 2003, als die SAE-Alumni-Vereinigung gegründet worden ist. Mein nächstes ganz persönliches Highlight war denn schon in Frankfurt, als ich als Kurskoordinator und stellvertretender Schulleiter dort gearbeitet habe, im Jahr 2005 die erste SAE-Alumni-Convention. Da, glaube ich, können wir uns beide noch lebhaft daran erinnern, Christian? Ja, ganz genau. Das nächste Highlight war dann sicherlich im Jahre, wann war es, 2008, als wir bzw. Tom die SAE Oxford gekauft und gegründet hat. Haben wir ja auch darüber berichtet von hier? Ganz genau. Habt ihr auch darüber berichtet. Ich kann mich dunkel daran erinnern. Jetzt im Jahr 2010 wird das nächste Highlight sein, die Einführung des Digital Journalism-Kurses. Und ja, da bin ich, denke ich mal, ganz optimistisch, dass das ein äußerst erfolgreicher Kurs werden wird. Genau auf diesen Kurs wollte ich dich auch ansprechen. Es ist ja jetzt, wie du es gerade selber ausgeführt hast, schon zehn Jahre her, dass der letzte Kurs an der SAE eingeführt wurde. Der Filmkurs war das damals. Und jetzt, nach zehn Jahren, kommt ein ganz neuer Kurs. Das ist also schon ein riesiger Meilenstein. Kannst du uns ein paar Details über diesen Kurs verraten? Worum wird es da gehen? Was bedeutet Digital Journalism? Okay, also dieser Kurs Digital Journalism ist im Grunde genommen nur eine konsequente Weiterführung unseres Kursangebotes, was wir bis dato hatten. Jeder weiß, dass die Produktionstechniken immer einfacher werden, für jedermann bedienbar werden. Sodass die logische Konsequenz eigentlich heute darauf beruht, dass es um den Inhalt geht. Und das merken wir auch in unserer täglichen Arbeit. Wir werden als SAE immer gefragt, könnt ihr uns nicht Inhalt liefern von diversen Online-Plattformen und so weiter. Das heißt, dieser Drang im Internet, qualitativ hochwertige Inhalte zu veröffentlichen, wird immer präsenter. Und es werden immer mehr Leute gesucht, die in der Lage sind, so wie jetzt unser Filmteam zum Beispiel auch, oder wie du, kurze Beiträge auf der Messe aufzunehmen oder bei Veranstaltungen aufzunehmen und diese Inhalte möglichst zeitnah, weil das ist der einzige Wettbewerbsvorteil, den es dann noch gibt, im Internet oder in den digitalen Medien zu veröffentlichen. Und diese Entwicklung trägt dieser Kurs Rechnung, indem wir circa ein Drittel der Ausbildung darauf verwenden, die Studenten an das journalistische Arbeiten heranzuführen, ihnen die Grundlagen des journalistischen Arbeitens zu vermitteln. Das ist ganz wichtig, weil es geht eben um qualitativ auch hochwertigen Content. Und die anderen zwei Drittel des Kurses sind dann eben dafür da, um den Teilnehmern zu zeigen, wie sie die Technik am effektivsten einsetzen. Auch da sind wir wieder dem SAE-Motto treu natürlich und unterrichten praxisnahe Workflows. Das heißt, wie kommt das Bild in die Kamera, wie wird es geschnitten, das Ganze möglichst schnell, möglichst zackig, dass man es dann auch zeitnah eben veröffentlichen kann. Dann kommen wir zu den Techniken eben, wie funktioniert heute das Veröffentlichen im Internet, wie funktionieren Blogs. Wir werden ein bisschen auf Social Communities eingehen, um auch dort zu zeigen, welche Multiplikator-Effekte kann ich einsetzen. Insgesamt ist das ein super spannender Kurs, der da entwickelt wird. Ich selber bin daran zum Teil auch beteiligt natürlich und arbeite dort mit Journalisten zusammen, mit Mediengestalter, mit gestandenen Leuten, die jahrelange Erfahrung haben. Und es ist ein richtig cooler Kurs, den ich selber, glaube ich, gerne machen würde. Ja, hört sich sehr gut an. Ich habe im Vorfeld auch schon mal ein bisschen im Kurskonzept, im Kursheft geblättert und habe jetzt den Eindruck, dass es so ein bisschen ein Best-of-Kurs aus den drei bisher existierenden Kursen ist, also Audio, Web und Film. Ist es dann so, dass man in allen drei Bereichen richtig fit ist und in welche Richtung spezialisiert man sich denn dann eigentlich bei all den Bereichen, die da zusammengeführt werden? Wie ich das eben gerade schon gesagt habe, Christian, geht es darum, um digitale Inhalte zu erstellen und zu veröffentlichen? Und ich muss jetzt kein PHP programmieren können oder ich muss kein Flash programmieren können. Ich bleibe jetzt einfach mal beim Webdesign, um digitale Inhalte im Internet zu veröffentlichen, um eine Story zu veröffentlichen. Ich muss viel mehr darüber informiert sein, wie gehe ich an die Recherche heran, wie baue ich eine Story auf? Ist es eine Reportage, ist es eine Dokumentation, ist es ein Essay oder was ist es überhaupt? Das heißt, die journalistische Komponente, die technische Komponente, auf die du anspielst, da geht es dann eben tatsächlich darum, dass die Absolventen in der Lage sind, wirklich die Technik so einzusetzen, dass sie ihre Inhalte, den heute so wichtigen Content, eben veröffentlichen können und zwar in der Form, wie er benötigt wird. Also als vernünftig komprimierter Webfilm oder eben als hochauflösende Fotodokumentage, wenn es dann auch in den Print reingehen soll. Okay, und arbeitest du schon am nächsten Kurskonzept? Werden da noch einige neue kommen, sodass man sich vielleicht bald an der SAE wie an der Uni einen eigenen Stundenplan zusammenstellen kann? Wo steuert das Ganze hin? Ja, also SAE ist natürlich immer noch darauf bedacht und das zeichnet uns aus, dass man vor Ort mit der Technik, die wir zur Verfügung stellen, arbeiten können, was einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, mit wirklich in tollen Studios zu arbeiten, mit tollem Equipment zu arbeiten. Aber SAE bietet eben auch an, schon Online-Kurse zu belegen. Über SAE-online.com hat man die Möglichkeit, eben schon bestimmte spezielle Sachen zu trainieren und sie dort zu belegen. Das richtet sich zum einen natürlich auch an Leute, die jetzt keine SAE in ihrer Nähe haben, aber eben auch für bestimmte Sachen. Meinetwegen kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann mal in Kürze so einen Kurs gibt für Applikationsentwicklung, für diese schönen Telefone. Götz, ich danke dir. Ich wünsche viel Erfolg mit dem neuen Kurs und dir außerdem noch viel Spaß in Frankfurt. Danke sehr. Ich habe viel Spaß in Frankfurt. Es ist jedes Mal wieder ein Fest, hier auf der Messe zu sein, quasi in der alten Heimat. Und ich wünsche euch auch noch viel Spaß und viel Erfolg und bin gespannt, wie es dann weitergeht in den nächsten Monaten und Jahren. Es wird bestimmt spannend, das kann ich versprechen. Danke, Götz. Bitte.